Rudi Czerne ist eine deutsche Berühmtheit, nicht nur durch seine Karriere im Eiskunstlauf, sondern auch als führender Sportjournalist und Fernsehmoderator. Czerne wurde am 26. September 1958 in Wanne-Eickel geboren und hat ein Leben voller Erfolge und Herausforderungen geführt. Czerne begann im Alter von sechs Jahren mit dem Eiskunstlauf und entwickelte sich schnell zu einem der besten Sportler Deutschlands. Unter der Anleitung von Trainer Günter Zöller gewann er 1978 und 1980 die Deutsche Meisterschaft im Eiskunstlauf und stellte damit seine Exzellenz und sein Talent unter Beweis. Die größte Freude im Leben von Rudi Czerne war wohl der Gewinn der Silbermedaille bei der Europameisterschaft 1984 in Budapest. Dies war sein größter internationaler Erfolg in seiner Eislaufkarriere. Sein bestes Ergebnis erzielte er auch bei der Weltmeisterschaft in Ottawa, als er Fünfter wurde. Allerdings gab es auch Prüfungen und Traurigkeit im Leben von Rudi Czerne. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo hätte er beinahe eine Medaille gewonnen, als er Vierter wurde. Obwohl er nicht die höchsten Ergebnisse erzielen konnte, ist Czerne immer noch einer der besten Sportler Deutschlands im Eiskunstlauf. Nach Beendigung seiner aktiven Spielerkarriere wechselte Czerne als Profisportler zu Holiday on Ice. Außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Eiskunstlauftrainer und betreute und begleitete die nächste Generation junger Menschen. Das Liebesleben von Rudi Czerne ist nicht allgemein bekannt und es gibt keine spezifischen Informationen über seine persönliche Beziehung. Auch seine Familie und sein Privatleben werden nicht öffentlich gemacht. Rudi Czerne hat in seinem Leben und seiner Karriere viele Höhen und Tiefen und Herausforderungen erlebt. Doch mit Geduld, Einsatz und Leidenschaft für den Eiskunstlauf hat er sich einen Namen gemacht und ist den Fans in Erinnerung geblieben. Nach dem Ende seiner Eiskunstlaufkarriere verlagerte Rudi Czerne seine Karriere in den Medien- und Unterhaltungsbereich. Er wurde ein bekannter Sportjournalist und Fernsehmoderator in Deutschland. Diese Transformation zeigt Czernes Vielseitigkeit und Vielseitigkeit, von einem herausragenden Sportler zu einer beliebten Fernsehpersönlichkeit. Dank seines Wissens und seiner Erfahrungen aus seiner Sportkarriere ist Czerne zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Sportmedienbranche in Deutschland geworden. Er ist zu einem bekannten Gesicht auf der Leinwand geworden und vermittelt dem Publikum Informationen und Analysen zu wichtigen Sportereignissen. Obwohl über das Privatleben von Rudi Czerne nicht viel bekannt ist, kann man davon ausgehen, dass er wie jeder andere auch in seinem Familienleben und in seinen persönlichen Beziehungen Herausforderungen und Schwierigkeiten erlebt hat. Aber Czerne hat diesen Teil seines Lebens privat gehalten und nicht viele Informationen darüber veröffentlicht. Die traurigen Geschichten aus Rudi Czernes Leben können mit den Misserfolgen und Herausforderungen in seiner Sportkarriere sowie den Schwierigkeiten und dem Druck bei der Anpassung an das Leben nach der Pensionierung in Verbindung gebracht werden. Doch mit Geduld und Entschlossenheit überwand er alle Hindernisse und wurde eine berühmte und erfolgreiche Person in seinem neuen Bereich. Das vielleicht traurigste Ende von Rudi Czernes Karriere war, dass er keine olympische Medaille gewinnen konnte, obwohl er in seiner Eiskunstlaufkarriere bedeutende Erfolge erzielt hatte. Dass er keine olympische Medaille gewonnen hat, schmälert jedoch nicht seinen Wert und seine Erfolge in diesem Sport. Czerne bleibt eine Ikone unter den Fans und ein beliebter Fernsehmoderator in Deutschland. Nach den Erfolgen und Herausforderungen seiner Karriere ist Rudi Czerne weiterhin eine berühmte und bewunderte Person in der Medien- und Unterhaltungswelt Deutschlands. Mit Selbstvertrauen und Professionalität hat er sein Talent bei der Moderation und Übertragung großer Sportereignisse im Fernsehen unter Beweis gestellt und so dazu beigetragen, unvergessliche Erinnerungen für die Zuschauer zu schaffen. Neben der Medienarbeit ist Czerne auch als Vertreter karitativer Organisationen und sozialer Aktivitäten in der Gemeinde präsent. Er hat an vielen Wohltätigkeitsaktivitäten teilgenommen und dazu beigetragen, positive und liebevolle Botschaften an die Gemeinschaft zu verbreiten. Auch wenn es im Privatleben von Rudi Czerne Herausforderungen und Schwierigkeiten geben mag, bleibt er in allen Situationen optimistisch und standhaft. Seine Geduld und Entschlossenheit halfen ihm, alle Schwierigkeiten zu überwinden und für viele Menschen zum Vorbild und zur Inspiration zu werden. Das Leben und die Karriere von Rudi Czerne sind eine Geschichte von Standhaftigkeit, Entschlossenheit und Begeisterung. Trotz Misserfolgen und Schwierigkeiten machte er weiter Fortschritte und hinterließ positive Eindrücke in den Herzen der Fans und der Community. Vielleicht wird Rudi Czerne auch in Zukunft weiterhin Gutes tun und einen Beitrag zur Gesellschaft leisten sowie weiterhin die Dinge tun, die ihm in seiner Karriere in den Medien und der Unterhaltung am Herzen liegen und die er liebt. Mit seinem Geist und seinem Talent wird er für viele weiterhin eine Ikone und... Wir lassen jegliche Variation zwischen Ländern raus, weil möglicherweise ist das einfach nur, weil bestimmte Länder aus anderen Gründen, die wir nicht beobachten, anders abschneiden. Und schauen uns nur noch die Veränderungen jedes Landes über die Zeit an und schauen, wenn unsere Geschichte richtig ist, dann muss es doch so sein, dass die Länder, die Autonomie eingeführt haben, sie systematisch in ihren Testleistungen anders entwickelt haben müssen über die Zeit, als sie diese nicht eingeführt haben. Und auch innerhalb von Ländern ist natürlich das Problem, dass möglicherweise die Schulen, die mehr Autonomie haben als andere, das ist auch nicht zufällig, das sind wahrscheinlich die dynamischeren Schulen oder so, sodass wir das auch rauslassen, indem wir einfach nur anschauen, unser sozusagen Treatment hier ist, wie groß ist der Anteil der Schulen in einem Land, der Autonomie hat in verschiedenen Bereichen. Und wir können das eigentlich auch in den verschiedenen Ländern sehr schön mit verschiedenen Reformen, die es in den Ländern über die Zeit gab, zusammenbringen. Das sind tatsächlich politisch getriebene Dinge, die wir sehen. Also den Datensatz, den Sie jetzt hier sehen, das sind quasi all die Länder, für die wir mindestens dreimal über die Zeit die observieren. Das sind jetzt verschiedene Länder. Das, was Sie jetzt grün hier sehen, ist Deutschland zum Beispiel. Und jetzt rein als Beispiel, wir haben viele andere Sachen angeschaut, die schwarze durchgezogene Linie, das ist der Anteil der Schulen, die Selbstständigkeit haben bei der Definition der Kursauswahl. In der Tat hat es da gerade zu Anfang der 2000er in einigen Bundesländern Reformen gegeben, dass die Schulen dann mehr Autonomie bekommen haben. Wir sind sozusagen in so einem Bereich, der uns davon 30 Prozent der Schulen auf, ich weiß nicht genau, 70, 80 Prozent der Schulen gebracht hat. Und das zweite ist ein anderer Bereich, ist die Frage der Autonomie bei der Einstellung der Lehrer. Das ist in Deutschland da viel niedriger. Deshalb zu Anfang der 2000er sehr wenige Schulen, das sind vermutlich nur die Privatschulen. Aber es gibt zwischen 2006 und 2009 deutlichen Anstieg. Und das wird wahrscheinlich die große Schulreform in NRW gewesen sein, wo mittlerweile die Schulen zum Großteil selbst einstellen können. Wir können es nicht ganz genau sagen, weil wir natürlich als Forscher in Deutschland wieder nicht Zugang zu den Daten auf Bundesländerebene bekommen, aber es ist zumindest Bundesländer nicht. Deutschland hat eben hier in dem Bereich Autonomie ausgeweitet. Andere Länder sind in eine andere Richtung gegangen. Ich mache jetzt nur mal so Beispiele, die sozusagen mit unserer Analyse zusammenpassen. Australien hat eben deutlich zurückgenommen bei einigen Schulen die Kursautonomie. Schweden ebenfalls. Viele Länder auf verschiedenem Niveau. Das nutzt man nicht. Aber die Veränderung über die Zeit. Die Frage ist jetzt, ob das irgendwas damit zu tun hat, wie sich die Schülerleistungen über die Zeit entwickelt haben. Und das wäre jetzt dieses Bild, das ist jetzt Eilbowling. Da kann man nicht viel sehen. Wir machen das dann jetzt eben letztendlich in einer statistischen Analyse. Aber man sieht eben in der Tat, Deutschland ist das Land, was ich stetig ein bisschen vorangewärts bin.